Hallo liebe Kinder, Helden für Helden am 10. Juni. Ja, und dass das alles noch verständlich wird, werde ich das auch noch ganzer moderieren. Und damit alles in die Regeln Bahn läuft, organisiere ich das Ganze. Deswegen kommt alle vorbei, ob alt, ob jung, ob Verein, ob Laufteam, kommt ganzer vorbei am 10.6. im Reichswaldstadion. Macht mit für einen guten Zweck für die Heldeninitiative Krebskranker Kinder. Ich zähle auf euch. Helden für Helden, Heroes for Heroes. Helden für Helden.